Dort sehen wir, dass wir wirklich in Töp sind, dass wir in Töp studieren können und Gott sehen wird und sein wird, was Gott will von uns reden. Letztermal, was wir in unserem Thema gehört haben, wir haben Engel in der Prophezeiung und das ist der zweite Poet von dort und das ist Phil Meyer von dem Neuen Testament. Letztermal, wenn wir uns gedacht haben, was er trägt hat und sein Wort wird, was wir in der Schrift fangen. Wir sagen, dass Engel sind interessiert in der Prophezeiung, in Gottes Wort, in dem sein, was er entkommen ist und ob er will sein Engel sein und nicht Gott, dass er nicht geklärt hat, alles zu verstehen. Wir sagen, dass er immer die Töten hat, so viele Botschaften, die sie haben gehört, so viele Botschaften, die sie gebrannt haben, dass er Dinge aufstecken können, dass er eine klare Verständnis hat, was passiert ist. Wir wissen, dass er Töten und Töten engel sind, wie weiten Engel sind, so ein Krollfall. Und sie haben die Möglichkeit, dass sie sich umbauen können, um Menschen zu verstärken, so dass mit Barlom und seinen Bürgern, die Engel, die können sich umbauen können, um den Bürgern zu verstärken, von den Jungen, von Balaam. Wir sagen auch, dass der Unterschied zwischen Engel, dass Gabriel, ein Engel, die die Botschaften bringen hat, dass auch Menschen klar hat, mit Gottes Wut. Und auch bei uns sagen, dass wir noch einen Engel, wie Michael. Und hier haben wir einen Engel von Töch. Hier haben wir einen Engel, die Menschen beschützen. Und hier haben wir auch einen von den Engeln, die auch lernen, dass wir auch in der Offenbarung, wie wir sagen, nach Porto sein, in der Offenbarung 12 vor 7. Dort, wenn der Jusotunisch wird kommen, da wurden Engel mit den Engeln, die waren, die Krieg und Stau. Und so, von dem, was wir alle waren dann, und das in Lukas Kapitel 1, wo wir waren auch von. Und das war er, der nächste Mal von Gabriel, von dem, was wir kommen, was wir sind, was wir kommen. Und er kam, und er bringt die Botschaft, dass Johannes den Daipa, dass wir waren, und er ist die Botschaft, dass wir die Botschaft haben, und der Messias, er soll anladen. Und er soll Menschen anladen, dass sie büße tun, dass sie waren, dass sie erhorten würden, für den Messias. Und Lukas Kapitel 1, verstehen. Wir sagen, also, die ganze Menschen, sie wären büßen, im Tempel, und sie wären beten, 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 und sie wären beten. und sie wären beten, dass sie den Priester, die Zechariah, im Tempel, und der dass sie stitten, dass die Engel sich oben, in der 12. Vers, wir sagen, die Vizepshop, die haben nachnamen können. Und über den 13. Vers, in Lukas 1, sagt die Engel an, der soll sich nicht gerüllen, ob er sein Gebet war, die hielt, dass seine Friede für den Junghahn, in dem sie nun wohl gehauen sind. Dort ist Glück, der ich, wort wir festen fing, dass der Herrlichkeit von den Engeln, das bringt eine Verrückung an sinnvolle Menschen. Und aber wir denken, dass Zechariah, der wird im Tempel gerutscht für die Menschheit, dass er den Opfer geben soll, aber er wird von Meier aus dort werden. Er hat nach persönlich ein Gebet, was er da hat, und dort wird, dass Gott wird er sehen, mit ein Sehen. Und dort ist gleich, was er sehen, was er soll sein, dass er werden gesehen sein, mit ein Sehen. Und wenn wir wieder gehen, und wir sehen, dass sie nun mit Johannessern, in der vierten Töne erfahre ich. Hier haben wir ganz paar, dass ich bei der sieben Töne erfahre ich, was er von Johann weißen kann, er wird geboren sein. Hier sagen Sie in der vierten Töne erfahre ich, und du warst eine Friede, und viele waren sich frei mit seiner Geburt. So nicht allein bloß die Eltern, aber viele Menschen in Israel, die waren sich frei, für das Kind wird geboren sein. Und dann, in der vierten Töne erfahre ich, das ist nicht bloß, dass die Menschen sich frei werden, und aber die wird hoch oder sein sein, in Gott sind nicht jungen, er wird auch nicht dringen. Und der nächste Punkt in der vierten Töne erfahre ich, und das ist sehr interessant. Hier sagt der Engel zuerst, dass Johannes den Deipat, die wird gefällt sein, mit den hellen Jäsen, für uns, als er wird geboren sein. Wenn wir bloß kicken dann in unsere Welt, wo Menschen dann Kinder anbringen, alle sie geboren sind. Wir sind hier so, dass nicht allein erst das Leben gekannt, aber der wird all, alle sie geboren, wo die all gefällt sind, mit den hellen Jäsen. In seiner Arbeit fingen wir in den Pfarrer Saastien. Dort viele von den Kindern von Israel, die wurden nach dem Hörn gedreht, und durch seine Arbeit. In der 17. Versch, dass er vor den Messias ging, in der Gäste und Kraft von dem Propheten Alia. Lothar sei wie in Ungehörung zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und sie fragen, Jesus, eier der Messias soll kommen, dann soll Alias erst kommen. Und dann, der Jesus dort die Uitlein, und Lothar verstand sie dort, 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 Johannes, hei wir, in den Jäsen von Alia, gekommen. In seiner Arbeit, aus dem Prophet, und, der soll der Horten von den Pfarrer, schnöre die Kinder drehen, und der Eier hörst ihm, der Menschen, zu der Wehrsäte von der Rechte. Dort, Johannes, wo die Menschen reuten, vor dem Messias, dort der Wurden kommen. Wenn wir an dieser Farschen kicken, dann, dort ist interessant, dass es kreakt so lachen, was wir in den Olden Testament fingen. Dass wir in den Tied, wo Daniel beden, dass wir dann die Rotes, wenn ein Engel kommen, die. Hier sei, dass Zechariah, die wir im Temple beden, die Menschen, die wir in den Tied, in den Tied, zu beden, in Daniels, scheiben, den Engel an die Botschaft zu bringen. Wie es auch noch in dem Buch von Daniel, dort, dort ist für uns nicht bloß, Jerusalem ist so leicht, dort der Engel wird durchgekommen, der erste jesnliche Kampf, was in den Himmel passieren wird. Und wenn wir an das denken, dann, in Daniels Eich, das ist so, dass wir 21 Dere, wo den Kampf wird. Aber wenn Daniel die Eure und Halt in die Bete, dann scheiben die Botschaft der Wege noch durch. Dann mache ich mich noch wundern, wann es 21 Dere Brücken gibt, die die Botschaft durchbringen. Was für eine Kampf wird dann, als diese Botschaft so durchgebracht worden? Wir sind mit wieder in Lukas 1, Vers 20. Dort in den letzten Monaten wird der Engel Gabriel weitergeschickt von Gott. und nun kommen wir in Galiläa durch in Läzareth. Und hierzu es wird zu Maria. Und die Engel die sagt, er, du best hoch oder sein, kriegt dort, was er in Zechariah gesagt hat. Dort, Johannes wird hoch oder sein, diese Frühe Maria, dass wir hoch oder sein, und er sagt, der Herr, der ist mit dir. und du hast best gesehen von manchen Menschen. Die katholische Menschen, die brauchen diese Wurde gesehen, als ein Wurde dort, sei es in der Krebschurches Gott. Und über diese Wurde es nicht gekriegt wird, gemeint es. Wie als Luther sei, kämpft eine Frühe in die Jesus, aus Jesus in seiner Deinsphäre, und sie gesehen, als die Frühe, die die hat dort gegeben. Und dann Jesus nimmt das ganz Fühe, dort nicht wie es dort stimmt. In Krebschurchsäkariah hat Maria hat Träubel mit, wann die Engel durch schwirrt. Sie können nicht verstehen, was von der Botschaft das wird sein in der nächsten Pfarrers. Und ob die Engel der der Maut durch sprengen, und sehen noch einmal die Ahr, dass Gott hat die Kirche sein, und hat die Oje nun. Dann sagt er, du was ein Kind bring, den sie sein sein, er wurde sehen von aller Hexter und Gott wurde ihm den Träun von David geben. So, aber hier wir sehen dass David den Träun dort ist ein physischer Träun und dort ist ein König reich wird physisch ist. Aber durch den jäseljen wurde geräum gedreht, dass Jesus er ist der Träun die wird er das nicht reich nicht geräum und den dreun dreun dar ist ein far sagt hier so und sie reich es ne reich der du word scheint eng sein und wenn wir an reich denken dann wir denken an das all wir erleben dort Jesus sagt uns dass den reich Gottes in uns und wenn wir in vertrauen haben an Gott der reich wohnt in uns Maria die könne nicht alle verstauen der seht wo kann das sein wie es erkannt kein Mann der Engel sagt in den vierteidigsten falsch der hellige ist der wird über die kommen und dort wird end sein das so das ist den Sehen Gottes nicht möcht bloß denken an den jungen früh so rein als sie nach vier er leben sie hat sich beschützt sie hat ihr Leben rein geholt nie mal zu denken dort sie würden den Sehen Gottes drehen er kann mir wundert auch nichts dort dort ist ein sehr packen für er und aber wir sagen mit Zechariah er kann nicht verstehen er will auch nicht so reich geräuben und wenn dort sie die Engel haben dort willst du dort nicht geglaubt hast dann wurscht ich nicht reden kann und ob wir sein in unserer Anstellung in dieser jungen früh in den achtendartigsten vor so wird es hier so dass Maria sagt dann lud es so sein als die wurde es und dann verleiht der Engel von Art diese junge frühe Maria hat vertrieuen und Gott wurde Gottes und sie nimmt das wirklich an wann nicht alle verstehen können aber sie nicht und völlig ohne und glücklich in unser Leben wird wir kennen sein dort essen sei sei Gott den den wort wir selbst lehren können waren doch Dinge sein in das Wort Gottes wort wir nicht verstehen aber danach waren nicht zu erst und wir nicht verstehen und dort leben wieder wollen wir schauen in Lukas Kapitel 2 das ist wo nicht bloß ein Engel Gabriel aber hier ist eine ganze Schwa wir sind hier so in den 8 Versch das wurde der Hohen der Sand aber starb der Posten ab der Schub wir seien hier so nicht durch die Brunten Tiet zum Beden und 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 die Engel von der Hör und Tiet und der herrliche Gottes der Schien drab und sie grüllen sich auch und und die Engel die seht war die end so sie seht Maria grüllen die nicht will ich bring die Gere nur reich von der große Freude für alle Menschen will verjunt es in die Stadt von David der Geboren ist Christus den Herr und die wird der sein der aber ich will hier sein dass hier sein das ist eine nur reich von großer Freude und das wird für alle Menschen sein wir wissen dass von der ist ein dag von genut und aber nicht andere Menschen die nehmen das andere ein dag von genut ist wir nicht das Botschaft sie wissen nicht dass das eine gute nur reich von groter Freude was es für alle Menschen das ist möglich dass jeder Mensch die kann nemen und diesen König reich wurde von David es rov gehandelt und wurde nu erst von Jesus Christus angelebt worden und sind König reich dass die kann die kann in sein weil ein Mensch ist das an nemen leit mit diesem Botschaft habe ich ogen und wenn wir diese nur reich haben neu gegrähen in uns hoort dann triebe den selben hellen jahres was johannes in däup gegrähen hat vom geburt an in diesem hellen jahres wird Korn in uns neu geplant worden dort es wird uns Frieden freit bringen leit wenn wir denken an den Zeit wo wir sind wir merken reit wenn top kommen ist und das ist eine schöne Tid wir haben noch mehr befried wir freuen uns für den Tid aber was wir mit den Menschen was wir lief haben dort wir brauchen Tid und Gott sind wo durch zu gehen und die Versprechen und Fried was Gott geschickt hat haben wir haben jeder ein das Baut schafft was wir so fast und Höhlen tun und wenn wir wollen träumen das wird und er tegen dass das Kind wird oi trocken sein ganz arm oi trocken wo die wird sein und entsteht wo die fei und die schub von Frieden tun und wir sagen das hier so nur dem dort die Engel nicht bloß ein oder zwei aber die ganze Schwa von Engel sie fangen an zu sehen und sie wenden Gott verheirlichen und sie wenden Menschen dass sie fred sind hier auf irden in der Seiden sind Gott sind guten Well der olle Menschen wenn ich an das denken da und ich denken wo wissen die Engel wot von der Wied sie sollen sehen wenn die Wied vielleicht ein duzend oder Tieren duzend wo kann es sein dass sie verstehen krägt wot die wird alle worden sind Hauden die Bege was sie mit Hauden Ich glaube nicht Ich glaube das ist eine Botschaft wot Gott in ihre Hauden Neugeplant sie wurden Eulett von Gott um diese Botschaft zu bringen sie wurden voll vertrauen weil sie wurden hier auf kommen von Himmel nach die Erde dass diese Botschaft wurden sie auf weiten wenn Gott ernt wird geben Ich glaube für uns wurde das rück verpacken so dass wir allen vielleicht mit dem Eres fam was mit deilen und aber weiten nicht direkt was wird sind aber Jesus hat gesagt dass wir sollen uns nicht dünn und die wird dass man ist vor den reichen die zern wurde uns den Botschaft vergeben all that was hier passieren net in den Nehen Testaments dass der Grund wurde der Rade soll kommen zu profiten die königsten Engel der alle gelührt von dieser Botschaft und diese Botschaft habe von dem dass Jesus geboren dass er ist nicht bloß geboren sein aber dass er an den Krieg stamm und andere sind und abstohlen dass er uns das Leben geben Das ist eine Botschaft was soll in jeder hat von jeder Mensch in der Welt aber das kommt allein bloß zu die wird diese Botschaft vor und an ihm und Jesus nur fein aus ihrer Herr in Herland wenn wir zeigen dass in der Bibel die Engel die Krieg die Fäden die bringen die Botschaft bloß dass Menschen werden diese Botschaft hören weil wir auch stand auf blieben und nicht ab geben und die wurden auch Krieg und stahlen mit Tiet nehmen zum Pfosten und Beden und Menschen diese schöne Botschaft unterbringen und diese nächste Poidee nehmt Tiet mit die Haaren zu sein und laut ihm immer frech leben in jene Horten an reden das wünsche ich alle in Jesus Sein Oum Amen